Ich habe zu früh die Kupplung kommen lassen. Ja gut, hey Leute, willkommen zur Testfahrt von der Aprilia RS-125. Das ist irgendeine Special Edition Aprilia Alitalia Racing Team 2010, Nummer 1. Das ist die Baujahr 2011, RS-125 hat etwas über 5000 Kilometer. Hat sehr schöne Details, hier Achsenschoner, die sind sehr empfehlenswert, wenn ihr es euch legt. Also die, äh, was steht drauf, Aprilia. Auf jeden Fall, die Bremsbeläge sind relativ gut, richtig gut, besser als bei der CBR. Die besten der 125er Klasse mit einer 320er Scheibe. 17 Zollräder, der Rahmen ist auf jeden Fall mega nice. Fahrwerk allgemein, hart, abgestimmt, die Kette ist solide, dicke. Ihr habt einen 150er Hinterreifen. Hier habt ihr nochmal Achsenschoner und hier, das sind Aufnahmen für Montageständer, wenn ihr hinten sie aufbocken wollt. Die Fußrasten sind relativ hoch, also ihr könnt hohe Schräglagen fahren. Empfehlen tue ich da zum Beispiel Pirelli Diablo Rosso 2 oder Bitstone S20. Ja, Sozius-Sitz ist nicht der bequemste, aber der geht voll in Ordnung, besser als der von der Viertakt RS. Standard Auspuff, sie ist auf 15 PS gedrosselt und das mache ich wirklich ernst, das sage ich nicht anders. Sie zieht aber besser als die Viertakt da, sprich die Drossel lässt ein bisschen was durch. Lohnt sich auf jeden Fall. Spritverbrauch 5, 5,5 Liter. Gemischter Fahrweise, etwas sportlich. An sich Zweitakt Sound kann ich euch ja mal zeigen. Man muss mit ein bisschen Gas starten. Also ich finde sie sehr schön, sie hat wirklich Charisma, die Spiegel sind sportlich, allgemein die Verkleidung, Sitzposition, sehr geil. Es fängt leider an zu regnen. Aber kommen wir zum Fahrteil. Also die Kupplung, die soll komisch sein, aber ich kann ganz normal mit Start, ne. Wahrscheinlich habe ich mich schon an Zweitaktor gewohnt. Also bei Zweitaktor ist die Besonderheit, eine Zweitaktor zündet halt doppelt so oft wie eine Viertaktor. Sprich, ihr habt mehr Leistung, dafür auch mehr Spritverbrauch und ihr dürft keine Motorbremse verwenden, ne. Weil die Schmierung nicht extern ist. Der Motor ist nicht im Ölbad, sondern wird per Zylinder mitgeschmiert. Muss man so sagen. Ja, wir können ja mal beschleunigen. Die Maschine ist warm. Okay, man merkt den Kick deutlich mehr als bei einer Viertaktor. 80, 90, 100, 110. So, ich muss aufpassen mit der Motorbremse. Sie liegt sehr gut in der Kurve, muss man sagen. Macht auf jeden Fall mega Laune. Ich habe dir gesagt, die soll nicht versuchen dran zu bleiben. 110, oh mein Gott. Oh, die Vorderradbremse ist sehr gut. Die Beste, die ich erleben durfte in der 125er Klasse. Die Sitzposition, sehr geil. Ich finde sie mega. Knieschluss ist richtig gut mit 1,84. Ihr könntet bis 1,95 oder 1,90. Auf jeden Fall Platz finden auf hier. Mit dem, das Windschild hier ist weit genug weg. Wir haben hier einen Porsche. Wir werden auch überholen, wenn es die Gegebenheiten zulassen. Oh, die Vorderradbremse ist so, oh, die Hinterradbremse. Alter, richtig geil. Die Gabelbrücke ist sehr edel. Ihr habt einfach enorm viel Power. Um ehrlich zu sein, finde ich sie die bessere 125er als die CBR, aber eben auch etwas anfälliger. An sich, die Spiegel, man sieht die. Man kann die Leute, man muss sie auf Drehzahlen halten, sonst wird es nichts. So, Leute, mega geiles Gerät. Ich kann nichts zu sagen, ich habe mich schon verliebt. Die zieht deutlich besser als die CBR. Oh, die Reifen, man merkt, die Reifen rutschen. Es sind sechs Jahre alte Reifen, die ich nicht empfehlen kann. Sprich, ich muss etwas langsamer machen. Ich kann nur auf den Geraden etwas mehr Stoff geben. Gleich kommt 0 auf 100. Die RS 125R 2600 gezahlt für eine mit Baujahr 2011 mit unter 10.000 km. Sprich, ihr bekommt sie günstig. Die Ersatzteile sind aber nicht so schnell zu bekommen. Was einfach eine Italienerin ist. Das Kurvenverhalten, der Sound. Mir gefällt sie einfach so gut. Das glaubt ihr nicht. Oh, einfach eine göttliche Maschine. Die könnte auch bei 100 kmh entspannt fahren. Sprich, für längere Strecken kann ich sie auch super empfehlen. Der Sitz ist nicht zu hart. Ist gut gedämpft hinten. Hey, nee. Hat mich auf jeden Fall verliebt. Eine Mega-Maschine. Jetzt machen wir noch ein 0 auf 100. So, wir halten mal an. Also Bremse hinten blockiert ein bisschen. Boah, wie die zieht für eine 125er. 100. Kupplung ziehen immer. Wir fahren jetzt zurück. Boah, ich kann euch nicht viel sagen. Außer, dass es meiner Meinung nach das perfekte Motorrad ist. Es gibt Brauch zu kaufen auf jeden Fall. Ich warte auf die Jungs hier. Was für eine schöne 125er. Ständer ist ein bisschen scheiße, wie bei jeder Aprilia ranzukommen. War mega. Oh, was für ein schönes Motorrad. Ehrlich. In meinen Augen die perfekte 125er. Ich sollte durchs Menü gehen. Der Schalter ist hier unten. Also ihr habt keine Tankanzeige. Bei der hat eine Temperaturanzeige und eine Reserveleuchte. Hat einen Lab-Timer. Was cool ist. Trip. Ah, Trip. Ja, einfach ein Trip. Mega-geiles. Alter. Heilige Scheiße. Die Kupplung ist super. Die verdient super. Hä? Die verdient super. Gell? Boah, ich hab mich verliebt. Ich verkaufe die. Ich kaufe mir die. Für zwei Monate. Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber vielen Dank, dass es mich fahren lässt. Vielen Dank, dass es mich fahren lässt. Ist die Griffheizung gut? Boah, ich hab zu früh die Kupplung kommen lassen. 100. Und sie zieht weiter. Boah, sie verhält sich so stabil in Kurven. Das glaubt ihr gar nicht. Sie kriegt sie zu einem günstigen Preis. Sie fährt sich ausgesprochen gut. Hat den Zusatztank unter der Setzbank. Sprich, ihr tankt das Öl. Einfach wie Benzin. Na, einfach daneben. Nicht neben den Tank, aber in den Zusatztank. Oh, und sie fährt sich so bequem. Ich würde nur eine Griffheizung eventuell dran bauen. Aber ansonsten einfach ein mega geiles Gerät. So solide in Kurvens Handling ist super. Das ist von der CBR und von der MT ist ein bisschen besser wegen der Sitzposition und dem breiteren Lenker. Aber an sich sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Zum Überholen, wie viel Power die hat für 15 PS. Ach, du weilige Scheiße. Wie die zieht und die Bremsen, wie die verzögert. Alter, leck mich am Arsch. Ist die geil. Leute, mir ist es scheißegal. Ich zahle den Aufpreis für die Aprilia. Die aufwendige Wartung, die aufwendigere Wartung, falls was kaputt geht. Das Drossel eintragen und so. Nämlich alles in Kauf. Ich habe mich verliebt. Das ist wirklich eine mega geile Maschine. Oh mein Gott. Ich bin auch ein Supersportfan. Dazu, das muss gesagt sein, für längere Touren und so. Er meinte, die CBL ist wie ein rollendes Sofa, muss ich sagen. Die CBL ist vielleicht besser für jemanden, der täglich zur Arbeit fährt und so. Das hier ist aber ein mega Spaßgerät. Mir macht das so, so, so viel Laune. Das glaubt ihr gar nicht. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Schaut in die Beschreibung. Er ist verlinkt. Es fängt leider an zu regnen. Wir müssen uns irgendwo unterstellen, weil ich nur eine Lederkombi anhabe. Oder ich fahre einfach so nach Hause. Wird sich zeigen. Ich würde euch das ja mit dem Überholen nochmal zeigen, aber hier ist Überholverbot. Deswegen chill ich hier einfach mal. Alter. Leck mich am Arsch. Ist die RS geil. Für mich schlichtweg die beste 125er zum Heizen, würde ich sagen. Ich finde sie auch sehr sauber vom Getriebe und allem. Von der Rastenposition noch angenehm. Es knallt nirgends. Motorbremse darf man halt nicht verwenden. Aber ansonsten, der Verbrauch geht voll in Ordnung mit 5,5 Litern. Den neutralen Gang findet man nicht, aber der ist Aprilia typisch. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Der Laufdrehzahl ist ein bisschen erhöht. Ist aber normal. Die Kupplung. Anfangs hat die halt recht wenig Leistung, aber das ist normal für die Zweitakt der RS 125. Ich bin schon verschiedene gefahren, deswegen kann ich das auch sagen. Alter. Ich bin gar nicht auf die Daten und so eingegangen. Ich bin gar nicht auf die Daten eingegangen. Bei mir war es so, oh, jetzt sieht die gut. Oh, ist die geil vom Fahrwerk. Oh, fertig. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more.